Und sie hat ja schon viele Erfolge erzielt. Was bedeutet in so einem Zusammenhang, wenn du schon so viele Erfolge hast, in der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft für dich? Gute Frage. Also es hat jetzt natürlich nicht so den Stellenwert, wie wenn man jetzt so eine Spielerin schlägt, wo man dann sieht, dass sie jetzt eins der Welt steht. Da ist man selber schon ein bisschen stolzer drauf. Aber natürlich ist jeder Titel, den man holt und jedes Mal, wenn man gesund auf dem Platz stehen kann, einfach und den Sport ausüben kann, den man liebt, ist das jedes Mal toll.